So meine Freunde, nur ganz schnell bevor das Live-Kommentary gleich im Hintergrund beginnt. Und zwar, ich hatte ein kleines technisches Problem und zwar konnte ich nicht das komplette Live von meiner Elgato irgendwie aufnehmen, sondern ich musste es leider jetzt aus dem Kino-Modus abfilmen. Das heißt, manche Sachen, wie ich im Live-Kommentary sag, werden halt nicht immer auch so dann eben im Endeffekt eingeblendet, wie zum Beispiel das Scoreboard oder so und am Ende kann ich euch halt nicht die Medaillen und so leider zeigen. Aber ich hoffe, das macht nichts. Es ist auf jeden Fall ein richtig krasses, geiles Gameplay-Film, wie ich finde, geworden. Also zieht es euch auf jeden Fall rein und wundert euch nicht, wenn manche Sachen es leider nicht drauf sind. Tut mir leid, aber gönnt euch jetzt, Jungs. 3, 2, 1, let's go, Jungs. Denkst du, die werden jetzt hier alle kommen, das kann ich euch versichern. Oh mein, oh, 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 Alter, das war das, Jungs, richtig epileptisch, Jungs. Oh mein Gott, das kann so ein Move mein ganzes Leben. Okay, gut. Wow, wie heklisch, ne? Ja, wie gesagt, ich spiele heute irgendwie Orbi-Hundeschwarm. Ey, gib mir das unlogischste Neif in meinem ganzen Live, okay, gut. Ja, das Schöne ist, dass wir ja hier Dings spielen, Stellung, da kann man immer schön viel und schnell Streaks aufbauen. Und ich habe auch heute mal wieder das Oldschool C4 mitgenommen und viele haben sich auch gewünscht, dass ich nochmal ein Black Ops 2 Back to the Hood Live Commentary mache. Und dann dachte ich mir, machste das doch einfach mal. Finden deine Pipponenten bestimmt richtig fresh. Nein, Spaß, Jungs. Aber ich dachte mal, das wird euch mal wieder gefallen. So. Ähm, ja gut. Allerdings sind hier zwei Sweater in der Lobby. Mega Mods. Oh nein, 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 nein. Oh. Ja, sie spawnen einfach hinter mir, guckt. Oh, ohne Spaß, Jungs. Fängt schon wieder richtig gut an. Oh, guck mal, was da wieder für Leute reingejoint sind, Mann. Das ist so widerlich. Ich booste jetzt 24-7 die Stellung, ohne Spaß. Das ist einzig geil an Multiteam-Stellung, dass man das immer so boosten kann. Digga, kann ich so wieder jemanden die Stellung geben, bitte? So. Zack. Oh, betraust. So, Jungs. Jetzt geht's aber los hier, ey. Okay, gut, der will nicht, aber egal, let's go, jetzt, jetzt geht's, jetzt geht's los. Digga, was macht der da? Ah, egal, Alter, der juckt mich nicht, was er da in seinem Pool macht. Digga, ich bekomme keine Kills mehr, Mann. Die laufen alle so hässig weg hier, ey. Wenn er jetzt da runter springt, ne? Dann hasse ich ihn, dann hasse ich ihn vor seinem Life, äh, okay, gut, weiter geht's. Achso, die nächste Stellung ist schon bereits unten, wusste ich gar nicht. Okay, jetzt bloß nicht sterben. Okay, nice, Hunde haben wir schon mal. Hunde raus und Schwaben gleich auch raus, wenn wir den haben. Okay, gut, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, verpissen, ich muss mich verpissen. Okay, gut, Jungs, nice, die Streaks sind draußen. Ah, nee, die sind ja alle unter der Erde. Aber egal, stimmt, ich hab ja Hunde, da können die schön rasieren. Na, nee, 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 du holst mich jetzt nicht da hin, ne? Fände ich nämlich nett so nett? Oh mein Gott, die Streaks eskalieren, lass mich bitte Stellung hernehmen. Nice, Jungs, ey. Ich bin grad übel gehypt, ohne Scheiß. Na, lass ihn doch nicht Stellung. Oh mein Gott, wie die Streaks eskalieren, ne? Das ist ja nicht mehr feierlich. Bist du der echte? Ne, bin fake, Jungs. I am the real faker. I am the real faker, Nigger. Okay, Orbit haben wir wieder. Nein, 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 Junge. Oh, richtig, der Pisser, Mann, ey. Holt mich wieder, Junge. Richtig, der... Oh, guck mal, selbst wenn ich jetzt der echte wäre, Jungs, ne? Dann geht man doch raus, Alter, ohne Scheiß, ne? Aber das ist richtig die Opfersöhne. Okay, nice, hier ist sogar die Stellung. Wie so kleine Opfersöhne. Fragt, ob ich der echte bin. Geht nicht mal raus, Mann, Alter. So respektlos, Junge. Also wenn ich jetzt der echte wäre, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. So. Nein, Mann, ich dipf's wieder ins Forbi, Junge. Hey, nee, ganz im Ernst. So ne dreckige Scheiße hier. Feindlicher Heli, Junge. Wer drückt mir denn jetzt nen Heli, Mann? Ohne Scheiß. Mir drückt jemand nen Heli, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, übertreibend. Junge, nee. Er sitzt da die ganze Zeit in der Ecke. Alter, Junge, was bist du denn für einer? Was ist er denn für einer, Mann? Hat er eines sogar rausgegangen? Okay, gut. Dann sag ich jetzt nichts mehr. Ich wusste gar nicht. Ey, kommt, nochmal ein bisschen Streak aufbauen. Wie ist das, ey? Einmal Schwarm und Hunde, wenn die noch klatschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge. Nice, Alter. Bin ich das Biest, oder was? Oh mein Gott, Jungs. Bin ich ein Biest. Hunde raus, Alter. Junge, nice. Wie das grad läuft. Ich bin so froh, Mann. Schwarm raus, Jungs. Nice, Alter. Es läuft so perfekt. Jetzt, komm, Alter. Let's go, Junge. Schwarm, klatsch. Zeig ihm, wer der Boss ist. Zack, Junge. Ja, ja, meine Freunde. So lobe ich mir das. So hab ich... Komm, das ist das, dieser Mods da oben. Was auf dich hole ich jetzt? Haha, wusste ich. Das war mir so klar. Oh mein Gott, wie das hier abgeht, Jungs. Schusch. Stellung hab ich sogar noch. Oh mein Gott, nice. Zu geil. Wieder Orbi. Was? Oh mein Gott, Alter. Sogar nochmal Orbit, ey. Ich guck gar nicht den Score, Jungs. Ich guck gar nicht den Score, Mann. Nein, Mann, er holt mich. Doch 86,6, Mann, schon. Na jetzt, Jungs. Einmal Street noch aufbauen. Das wär wichtig. Einmal die Streaks noch aufbauen, Jungs. Dann hätten wir das 100 plus in der Tasche. Komm, einmal Street aufbauen. Ist noch möglich, Jungs. Ich darf jetzt noch nicht mehr sterben. Komm. Okay, gut. Zack, den haben wir. Warte, mal lass mir überlegen, wo ist die nächste Stellung. Oh mein Gott, nice. Okay, komm, weiter geht's, Jungs. Weiter geht's. Ich muss jetzt... Ah, okay, da hinten ist ja die Stellung. Okay, gut, 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 gut. Die Stellung kann ich eigentlich gut spielen. Okay, jetzt zack, den haben wir. Fuck, ich darf nicht sterben, Mann. Fuck, Alter, eins vom Orbi, ne? Vom Entscheidenden. Okay, gut, den haben wir, Jungs. Raushauen, nice. Okay, komm, jetzt, 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 Jungs. Einmal jetzt noch die Streaks, bitte. Nice, Alter. Nice, Hund raus. Schwarm raus. Nice, Junge. Nice, Jungs. Läuft richtig perfekt. Nice, Junge, 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 Nice. Oh mein Gott, so macht mir BW2 so Bock, ne? Das glaubt ihr mir nicht. Na, ich nehme mir lieber die MP7 jetzt hier mal auf. So, ich weiß, dass der da oben kehrt. Das juckt mich jetzt aber eigentlich gar nicht mehr. Nice, Jungs, ey. Boah, Freunde, 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 ohne Spaß. Ich bin richtig gehypt. Mal wieder hier BO2 zerzocken. Das macht so unabnormal Spaß, ne? Okay, komm, vielleicht können wir sogar noch einmal die Streaks schnell klar machen. Endspot zeige ich jetzt erst am Ende, glaube ich. So machen wir das. So, komm, dann noch einmal hier den Orbi oder so. Na, ich sterbe. 118 zu 7. Schon nice, Jungs. 100 plus live. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann. Ich weiß, viel zu viele Tode, Jungs, aber ohne Spaß, Mann. Nice. Übrigens, ich muss mit Apple-Kopfhörern spielen, weil mein Audiokabel von meinem Triton-Headset kaputt ist. Ist ein bisschen belastend. Aber nun gut. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Nice, Junge, Alter. Es lief, es lief, Jungs. Live 100 plus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte schon vor längerer Zeit, als ihr euch das gewünscht hattet, schon ein Live-Kommentary aufgenommen. Da habe ich aber irgendwie nur 88 Kills oder so gehabt. Und ich dachte mir so, nee, Digga, das lässt du nicht hoch. Du willst deinen Leuten ein geiles Gameplay präsentieren. Und das lässt du jetzt nicht hoch, Digga, weißt du? Und ich möchte schon 124 zu 9, Jungs. Nice, Alter. 124 zu 9 live. 10.000er Score, Jungs. Falls euch dieses Gameplay-Live-Kommentary mal wieder mit Facecam sogar gefreut hat, weil auf 2. Platz war, glaube ich, ein Facecam-Kommentary. Da dachte ich mir so, Digga, schlägt es einfach zwei Klappen mit einer Fliege. Und macht daraus ein Live-Kommentary, 124 zu 9, Jungs. Läuft perfekt. Wir schauen uns noch ganz kurz die Mäh zu dem Dallien an. Ja, zwischendurch lief es nicht so perfekt, aber... Nice, Jungs. Oh, 35 Kills. Also, wenn man jetzt mal überlegt, Jungs, das sind ja gerade mal 58 Kills. Und das habe ich alles noch nicht zu dem Liefer gemacht. Also, falls euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Daumen nach oben. Da haut es rein. Bis zum nächsten Mal. Da bin ich mein Kollege, der Boss. Ciao, Jungs. Bis zum nächsten Mal.